Hallo, willkommen zur Graphematik mit der kleinen Wiederholung von Phonetik und Phonologie. Wir sind in Woche 3, es geht um Phonologie. Die Übersicht wie immer. Wir werden über Segmente sprechen, als Einheiten der Phonetik und jetzt eben Phonologie. Wir werden sehen, dass nicht alle Segmente gleich verteilt sind. Wir werden über Verteilungen sprechen. Und dann kommen Entrand, die Sonorisierung, R-Vokalisierung, der Ich-Ach-Laut und so weiter vor. Und wir werden sie betrachten als Ableitungen phonetischer Formen aus lexikalischen, phonologischen Formen. Wir werden dann auch sprechen über längbare, betonbare und eben unbetonbare Vokale. Das hängt im Deutschen alles zusammen. Segmente. Wir haben letzte Woche bereits gesehen, dass in Tier und Tür kein R transkribiert werden darf, weil keins vorkommt. Wir haben gesehen, Lob und Bades sind Beispiele für Wörter, in denen die sogenannte Entrand-Desonorisierung oder Auslautverhärtung vorkommt oder nicht. Deswegen müssen wir Lob hier mit P transkribieren, obwohl es mit B geschrieben wird. Bades aber nicht, außer wenn es eben in der Form Bad vorkommt. In Pfanne haben wir ein Pf, das sind zwei Zeichen, aber mit so einem Bogen drüber. Und dann haben wir hier hinten übrigens ein N in der Transkription, wo wir zwei schreiben. Was hat es damit auf sich? In Osten sehen wir diesen Glotalplosiv, den wir hören, den wir in der grafematischen, in der orthografischen Ebene nicht schreiben, den wir aber transkribieren müssen. Wir können uns nun, wenn wir das so sehen, fragen, warum gibt es nun genau die Basiszeichen, die so auch meistens aussehen wie Buchstaben, im IPA-Alphabet. Nun, die sind in der Regel artikulatorisch nicht auftrennbar. Selbst wenn ich sie aufteilen würde, hätten die Teile kein eigenes, kein autonomes Verhalten. Das heißt, sie würden nicht irgendwie sich frei verteilen. Sie würden dann immer hintereinander auftreten. Bei Pf und Au ist das nun anders. Da haben wir es mit Afrikaten und Diphtongen zu tun. Über Diphtongen haben wir letzte Woche gar nicht so sehr gesprochen. Das holen wir noch nach. Und die schreiben wir nun mit zwei Zeichen, mit so einem Bogen drüber. Was hat es nun damit auf sich? Die sind nun offensichtlich trennbar in P und F und in A und O. Ja, sind das nun ein oder zwei Segmente. Das müssen wir letztlich, weil sie artikulatorisch trennbar sind, phonologisch entscheiden. Denn es geht hier um Verteilungen. Und damit haben wir eigentlich den Übergang zur Phonologie. Nämlich die Frage, ob das nun ein oder zwei Segmente sind. Das lässt sich vor allem phonologisch beantworten. Wir schauen uns Beispiele für Verteilungen an. Tod, Kot, es geht um den ersten Laut. Da können wir T und K haben. Ansonsten sind die Wörter völlig identisch. Genauso hier, nur am Ende. Schott und Schock. Da kommt T und K am Ende des Wortes vor. Das Wort ist ansonsten völlig gleich. Hang und Nach. Da haben wir einen Fall, wo es zwar in dieser Reihenfolge geht, am Anfang und am Ende. Umgekehrt geht es nicht. Nach ist aus diesem Grund kein denkbares Wort des Deutschen. Sog, Besingen sind okay. Da kommt S am Anfang von Silben vor, am Wort Anfang und in der Wort Mitte. Sog oder Besingen geht im Tagesschau-Standard nicht. Selbstverständlich in bestimmten Dialekten würde das gehen. Aber hier haben wir offensichtlich einen Unterschied in der Verteilung. S kann an diesen Stellen nicht vorkommen, wo S vorkommen kann. Fließ und Boss, aber nicht Fließ. Das zeigt uns, dass am Ende von Silben, hier in dem Fall Wörtern, dieses S zwar vorkommen kann, S aber nicht. Das ist genau umgekehrt. Im Wort Innern ist es ein bisschen spannender. Heißer, heißer, base, basse, ja aber nicht basse. Da kann unter bestimmten Bedingungen im Innern eines Wortes auch am Anfang einer Silbe S vorkommen. Was hier oben in einsilbigen Wörtern nicht ging. Seltsam. Damit werden wir uns beschäftigen. Was ist nun eine Verteilung? Das waren Beispiele. Die Verteilung eines Segments ist die Menge der Umgebungen, in denen es vorkommt. Umgebung war jetzt hier vor allem Anfang und Ende einer Silbe, beziehungsweise Anfang, Mitte und Ende von Wörtern. Das sind sogenannte Umgebungen, Positionen, in denen ein Segment entweder vorkommt oder nicht. Ein Kontrast ist folgendermaßen definiert. Zwei phonetisch unterschiedliche Segmente, so wie T und K, stehen in einem phonologischen Kontrast, wenn sie eine teilweise oder vollständig übereinstimmende Verteilung haben und durch ihre Anwesenheit, beziehungsweise durch die Anwesenheit des anderen Segments, Bedeutungen unterschieden werden können. Sowas wie Schock und Schott. Schock und T kommen beide am Ende von Silben und Wörtern vor. Und man kann damit offensichtlich, wie man an dem Beispiel Schock, Schott sieht, Bedeutungen unterscheiden. Nun gibt es Neutralisierungen. Dafür schauen wir uns auch ein Beispiel an. Weg, Weges. Wir haben letzte Woche schon besprochen. Hier handelt es sich um ein Wort, in dem durchaus in irgendeiner Weise, die wir heute noch klären werden, ein G vorkommt, was wir an der Form Weges sehen. Wenn nun aber dieses G an das Ende einer Silbe gerät, wie in Weg, dann wird es stimmlos. In dem Wort Bock und der Form Bockes sehen wir, dass das nicht alle K und G Laute irgendwie auf gleiche Weise betrifft. Denn hier am Ende des Wortes steht dann auch K, wird auch K ausgesprochen, sollte ich sagen. Und da haben wir dann innerhalb dieses einen Wortes diesen Unterschied nicht. Am Ende des Wortes, beziehungsweise der Silbe, verhalten sich diese Laute gleich im Innern eines Wortes nicht. Und das gleiche gilt für Bad, Bades und dann eben Blatt, Blattes. Lob, Lobes und Depp, Deppen. Und aber auch Frikative, Aktiv, Aktive und demgegenüber Tief, Tiefe, ist immer stimmlos. Und Fies, Fiese, dazu Bus, Busse, immer stimmlos. Was passiert hier? Wir sehen am Ende einer Silbe, selbst wenn es eigentlich, in Anführungsstrichen, ein stimmhafter Laut ist, verliert er die Stimme. Und dann können in dieser Position hier hinten, G und K und B und D und so weiter, keinen Kontrast mehr markieren. Das ist eine Neutralisierung. Eine Neutralisierung ist die Aufhebung eines phonologischen Kontrasts in einer bestimmten Position, zum Beispiel am Silbenende. Ganz einfach. Um das Ganze jetzt schlüssig zu beschreiben, brauchen wir den Begriff des Lexikons aus Kapitel 2. Das Lexikon ist die Menge aller Wörter einer Sprache, definiert durch die vollständige Angabe ihrer Merkmale und Werte. Okay, Merkmale und Werte spielen hier jetzt nicht so eine große Rolle in dieser Vorlesung. Für die Phonologie ist auf jeden Fall das relevante Merkmal eines Wortes, das was es definiert, lexikalisch, phonologisch, die Kette von Segmenten, die das Wort eindeutig macht und von anderen unterscheidbar macht. Um nun sagen zu können, wie diese Kette von Segmenten im Einzelnen aussieht, die lexikalisch abgespeichert werden muss, schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Wir können uns fragen, muss man diesen glottalen Plosiv eigentlich bei den Wörtern, in denen er vorkommt, im Lexikon spezifizieren. Wir haben solche Reihen wie diese hier. An, dann, kann, ran, wann, man, bann. Das ist ein Kontrast. Am Ende eines Wortes, einer Silbe, die ansonsten an lautet, können wir ä, d, k, r, w, me und b haben. Zum Beispiel weitere Reihen ohne, bohne, lohne, zone, phone, mone, zone, ehrt, wehrt, lehrt, kehrt und so weiter. Sie sehen, wie das hier läuft. Wir haben da immer eine Reihe, wo am Anfang der Silbe, beziehungsweise des Wortes, d, k und so weiter vorkommen können oder eben b, le und was auch immer. Und dann eben alternativ dazu der Glottalverschluss. Sie wissen, dass es keine Möglichkeit gibt im Deutschen, im Standarddeutschen, dass da kein Konsonant steht. Es gibt im Deutschen phonetisch keine Wörter, die einfach mit einem Vokal anfangen. Das ist der Witz an diesem glottalen Plosiv. Jetzt könnte man hier ja einen beliebigen weglassen und sagen, okay, immer wenn dann dieser eine nicht da steht, also zum Beispiel wenn kein K da steht, aber eben auch kein D, Ö, R, W und so weiter, ja, dann setzen wir eben das K ein entsprechend. Das könnte man ja so machen. Wir könnten einfach einen von denen weglassen im Lexikon und sagen, na gut, wir wissen aber immer, wenn nichts anderes steht, müssen wir den einsetzen. Und das tun wir letztlich auch in der Schrift. Und das ist das Interessante mit diesem glottalen Plosiv. Der wird immer am Silbenanfang eingesetzt, wenn dort lexikalisch ansonsten kein Konsonant steht. Jetzt kommt nämlich hinzu, dass dieses, der ist artikulatorisch und perzeptorisch wenig salient, das heißt, er fällt einem nicht besonders auf. Was wir also sagen ist, genau das, wir sagen, der ist nicht lexikalisch, sondern wird automatisch an diesen Stellen, wo er dann eben hingehört, eingesetzt. Und damit sehen wir, wozu das Lexikon gut ist. Es ist dazu da, möglichst redundanzfreie Formen abzuspeichern. Und wenn etwas dann eben automatisch ergänzbar ist, können wir es ergänzen. Schauen wir uns die Endranddesonorisierung an. Weg, Weges, Bock, Bockes und so weiter und so weiter. Sie erinnern sich. Die Frage ist jetzt, können wir hier jeweils aus einer Form die andere ableiten? Das ist vor allem für diese A-Beispiele interessant, wo wir ja einen Unterschied haben zwischen D, T, K, G und so weiter. Die Frage ist, können wir dann jeweils einen dieser beiden aus dem anderen ableiten? Und dazu ist es wichtig zu wissen, dass es eben solche Wörter gibt wie Bock, Bockes, wo der Unterschied nicht auftritt. Um das genau sagen zu können, brauchen wir jetzt den Begriff der zugrunde liegenden Formen und den der Strukturbedingungen. Die zugrunde liegende Form eines Wortes ist die Folge von Segmenten, die im Lexikon gespeichert wird und auf die alle zugehörigen phonetischen Formen zurückgeführt werden können. Also da muss etwas stehen, aus dem wir Weg und Weges ableiten können und Bock und Bockes zum Beispiel. Strukturbedingungen, das nun folgendermaßen definiert, die Formen werden an die phonologischen Strukturbedingungen, das sind die Regularitäten der phonologischen Grammatik angepasst. Wir sagen also, es gibt dann Bedingungen, die tatsächlich ausgesprochene Wörter erfüllen müssen und die lexikalischen Formen, die zugrunde liegenden Formen, müssen an diese angepasst werden, wenn sie nicht mit denen sowieso schon übereinstimmen. Damit haben wir eigentlich jetzt eine bestimmte Grammatikarchitektur. Wir sagen nämlich, es gibt zugrunde liegende Formen im Lexikon. Dann kommt die Phonologie, die passt diese Formen an die Strukturbedingungen an und dann gibt es eine phonetische Realisierung. Die phonetische Realisierung hat mit der Grammatik an sich eigentlich nicht mehr viel zu tun. Das Lexikon und die Phonologie, das sind die Bereiche, in denen die Grammatik eine Rolle spielt. Ja, und dann wird halt ausgesprochen. Das ist das, was unser Mund und unsere Lunge und so weiter machen. Und mit dem ganzen Hintergrund können wir jetzt über und entrand Desonorisierung sprechen. Also kommen wir erstmal zum Glutalplosiv. An wäre die zugrunde liegende Form. Nun, da ist der nicht spezifiziert und dann wird an Strukturbedingungen angepasst. Die müssen wir natürlich eigentlich nur formulieren. Und dann kommt phonetisch an heraus. Ohne steht ohne Glutalplosiv im Lexikon. Wird angepasst an die Strukturbedingungen. Und dann kommt ohne heraus. Aus Erd wird so abgeleitet. Und die Endrand Desonorisierung funktioniert folgendermaßen. Wir sagen zugrunde liegend ist da ein G, wie in der Schrift übrigens. Das wird, wenn es einfach nur diese Form ist, angepasst an eine Strukturbedingung, die sagt, naja, am Ende von Silben haben wir keine stimmhaften Obstruenten. Und dann kommt da Weg raus. Bock steht schon mit K im Lexikon. Da kommt dann auch Bock raus. Und das Ganze funktioniert auch für die anderen Beispiele, die wir eben gesehen haben. Wir sagen also, die Endrand Desonorisierung ist der Effekt einer Strukturbedingung. Diese Strukturbedingung heißt, alle Obstruenten sind stimmlos am Silbenende. Das heißt, es ist egal, ob da D oder T oder G oder K oder F oder W im Lexikon abgespeichert ist. Wenn dieses Segment an das Ende einer Silbe gerät, geht der Stimmton verloren, wenn überhaupt Stimmton da war. Genauso können wir uns jetzt überlegen, wie es mit CH und CH ist. Das kennt man aus dem Schreiberwerb in der Grundschule. Wir haben den Ich- und den Ach-Laut. Wir schreiben beide aber gleich. Krieche, Schlich, Bücher, Küche, Recht, Köche, Tuch, Geruch, Hoch, Koch, Schmach, Bach. Was wir hier sehen ist, dass unter einer ganz bestimmten Bedingung, Sch und Ch kommen jeweils, nämlich Sch kann nicht nach nicht vorderen Vokalen stehen. Wenn Sie sich das anschauen, im Vokaltrapez U, O, A und so weiter stehen hinten, werden hinten artikuliert. Und die hier oben, I, Ü, E und so weiter werden vorne artikuliert. Und das ist einfach die Strukturbedingung, die wir hier sehen. Sch kann nicht nach nicht vorderen Vokalen stehen. Das heißt, wenn ein Sch zugrunde liegt, wird nach nicht vorderen Vokalen dieses Sch zu Ch angepasst. Bei der R-Vokalisierung geht das jetzt ähnlich einfach. Kleiner, Kleinere. Sie sehen, Kleiner, Kleine, R, hier kein R im Sinne eines Konsonanten, hier R durchaus, ein Konsonant. Bär, Bären, Knarr, Knarre. Nun, zugrunde liegendes R kann offensichtlich nicht am Ende auftreten. Es wird dann in dieser Position als Schwarzsegment in einem, nennen wir es, sekundären Diphthong realisiert. Und es gilt weiterhin, dass nach gespanntem Vokal A folgt und nach ungespanntem Ö. Das ist also nun auch eine Strukturbedingung des Deutschen, dass der Konsonant R, auch wenn er lexikalisch spezifiziert, wird, in Wort wie in Kleiner, am Silbenende nicht als R ausgesprochen werden kann, sondern dann zum Vokal wird. Kleiner, Bär, Knarr. Was heißt nun gespannt? Sie erinnern sich an das Vokaltrapez des Deutschen. Da hatten wir diese Vokale, die zum Beispiel hier beim I und Ü ganz weit vorne und oben stehen. Und die kurzen Varianten dazu sind eben auch etwas zurückgezogen und nach unten versetzt. I, Ü, E, Ü. Und solche Paare haben wir unter anderem auch bei U und U. Und bei O und O ist es ein bisschen anders, genauso wie bei E und Ä und Ö und Ö. Aber das sind im Grunde Paare von gespannten, I, Ü und ungespannten, I, Ü, Vokalen. Und wir werden jetzt sehen, wie das zusammenhängt. Denn Länge und Betonung und die Gespanntheit von Vokalen hängen im Deutschen auf ganz besondere Weise zusammen. Schauen Sie sich hier Paare an von gespannten und ungespannten Vokalen. Das sind genau diese Paare I, I oder Ä, Ä. Da hört man nicht so wirklich einen Unterschied, I, Ä, da hört man einen Unterschied, Ö, Ö und so weiter. Und die treten jeweils in Lang und dann eben in Kurz auf. Wir haben noch ein paar andere Fälle im Deutschen. Wir haben nämlich zum Beispiel dieses Schwa, dieses Ö, wie in Laute, Beschreiben und so weiter. Dazu gibt es nicht wirklich eine gespannte Variante und das kann auch nicht lang sein. In Lithographie, Hydraulik, Butan, Phenol, Önologie, Mesozorn. Da haben wir jeweils die gespannten Varianten, aber sie sind nicht lang. Fällt Ihnen was auf? Das sind alles Lehnwörter und auch sogenannte Fremdwörter. Nun, wie hängt das also alles zusammen? Wenn wir einmal Schwa außen vorlassen und solche gespannten, kurzen Vokale, wie sie in Fremdwörtern vorkommen. Dann haben wir folgende Situation. Im Kernwortschatz sind nämlich gespannte Vokale immer betont und lang. Fühlen im Gegensatz zu füllen. Zu jedem gespannten Vokal gibt es aber eben einen entsprechenden ungespannten Vokal. Der ist dann betont oder unbetont, aber er ist immer kurz. Fühlen, füllen. Das ist in beiden Fällen betont. Fühlen, füllen. Der eine ist lang, der andere ist kurz. Die gespannten Varianten gibt es aber nur in betont und nur in lang. Die Länge muss also gar nicht lexikalisch spezifiziert werden, sondern man kann sie ausrechnen aus der Betonung und der Gespanntheit. Wenn wir uns nun sozusagen ein phonologisches Vokaltrapez des Deutschen anschauen, dann sehen wir, dass außen herum hier die gespannten Varianten abgetragen sind und dann verbunden jeweils die ungespannten. Also I, I, Ü, Ö, U, U, O, O, A, A, Ö, Ö. Naja, und dann haben wir die Sonderfälle, nämlich E und Ä haben beide als ungespannte Variante Ä. Und außerdem haben wir hier bei A und A keinen Unterschied, den wir wirklich hören können. Das ist wirklich dann nur lang oder kurz. Da gibt es keinen qualitativen Unterschied mehr. Aber im Großen und Ganzen sehen wir diese Paare. Und das Wichtige, was wir bisher gesagt haben, ist, dass die Gespannten nur in betont und lang vorkommen. Es gibt die nicht in unbetont und kurz oder sowas. Im Kernwortschatz. Der Kernwortschatz schließt solche Lehnwörter, die man auch sehr gut erkennen kann, weil sie eben auch fremd klingen, aus. Was ist nun mit Schwa? Schwa ist, wie gesagt, ein Sonderfall. Schwa kommt im System der gespannten und ungespannten Vokale nicht vor. Ich habe das aus diesem Vokaltrapez dann entfernt. Ja, warum? Schwa ist nicht mal betonbar. Die anderen ungespannten Vokale kann man wenigstens betonen. Sie bleiben dann kurz. Ja, okay. Aber Schwa kann man nicht betonen. Besonders. Versuchen Sie, irgendein Schwa zu betonen. Das wird nicht gelingen. Natürlich können Sie sagen Besonders. Das ist aber nicht wirklich eine Aussprache, wie sie im Deutschen normalerweise vorkommt. Und dann ist es auch kein Schwa mehr. Jetzt habe ich schon mehrfach auf den erweiterten Wortschatz Bezug genommen. Ich habe gesagt, das sind dann fremd und meistens auch Lehnwörter. Idee, Initiative, Inspirieren, Methyl, Québec, Integriert, Debattieren, Utopie, Uran. Da sehen wir, da kommen die gespannten Varianten vor. Sie sind nicht lang. Das heißt ja nicht Utopie, Uran, politisch. Das sind aber eben Wörter, die nicht unter die großen, wichtigen Generalisierungen fallen, die das Deutsche beschreiben. Deswegen sind es Fremdwörter. Für die gilt natürlich das dann nicht. Im erweiterten Wortschatz sind gespannte Vokale lang, wenn sie betont sind und kurz, wenn sie unbetont sind. Es bleibt aber bei einer ganz wichtigen Generalisierung. Im erweiterten Wortschatz sind gespannte Vokale lang, wenn sie betont sind und kurz, wenn sie unbetont sind. Aber auch im erweiterten Wortschatz gibt es keine ungespannten langen Vokale. Warum machen wir das? Wir wollen eigentlich zugrunde liegende Formen spezifizieren. Und da habe ich nun eben schon gesagt, die Länge brauchen wir im Lexikon nicht zu spezifizieren, denn wir haben sie immer dann für den Kernwortschatz, wenn ein gespannter Vokal vorliegt, der betont wird. Das speichern wir ab. Das E wird automatisch lang, Weg, weil es gespannt und betont ist, Höhle, Ofen. Die Länge ergibt sich automatisch als Anpassung an eine Strukturbedingung, die eben auf der vorletzten Folie stand, nämlich, dass gespannte Vokale im Deutschen immer betont und lang sind. Das war es schon für heute. Nächste Woche wenden wir das Wissen, das wir jetzt eingeführt haben, auf die Graphematik an und besprechen das phonografische Schreibprinzip für Konsonanten. Dann kommen wir in der Woche drauf, nochmal auf die Vokale zurück und da brauchen wir dann das, was ich Ihnen gerade über Gespannte und Ungespannte gesagt habe. Aber bis nächste Woche sage ich erstmal vielen Dank. Bis dahin.